Oh, es geht weiter. Nein, nicht die Lava! Ich bin tot. Ich bin tot, aber ich fliege noch rum. Ja, ich hüpfe auch noch. Ich fliege wieder aus dem Bild. Bei euch wahrscheinlich nicht, oder? Ja! Diese Map hasse ich auch besonders. Deswegen. Ich ging in den Boden! Was? Was, bin ich in den Boden geschossen? Ich war Zeit, Herr Mech! Oh nein, nicht die Explosiven Fässer! Ich bin eh tot. Ich leb noch. Verdammt! Prof, wie konntest du? Wie geht das? Verdammt! Ich bin hier immer noch unten. Ich komme die Wand nicht hoch. Ich komme die Wand nicht hoch. Ja, fast! Ich bin hier immer noch an der Wand. Ich bin immer noch an der Wand. Oh nein, nein, nein! Ich weiß nicht, was passiert. Ich bin in der Wand! Ich komme durch die Wand! Ja! Ah! Molli, du Cheater! Ah! Ah! Komm schon! Ah! Wie denn das? Wie denn das? Wie denn das? Wie denn das? Wie konnte Nenler das gewinnen? Das habe ich geschafft, mich durch die Wand zu stecken. Das ist Neues! Ah! Ah! Ich leb noch. Mit Metolgraf noch! Ja! Oh, ich habe eine Waffe. Ich auch. Ich schalte den Prof aus. Ich habe die Beste. Den Prof ausschalten. Verdammt. Der Prof versteckt sich da immer so schief. Wer gewinnt? Ja. Oh, ein Schreien in der Mütze. Nein. Ich wurde auf dem Schreien geopfert. Und du bist von dem Schrei nach oben geschleudert. Lass die Lücken uns ab. Jetzt bist du der Antichrist. Tja, wir beiden. Ich bin bereit. Wir beide. Komm nach oben. Das könnte jetzt interessant werden. Molly, du und ich. Ich bin entspannt. Meine Leiche doch da liegen. Wir leben immer noch. Ha! Tja. Immer noch zwölf Punkte. Someone is lost. Eine Christmas Map. Ist zwar schon ein Weichen vorbei, aber... Jut. Wir haben immer noch Winter. Es geht. Ich bin tot. Und was für ein Winter. Ich auch. Der Winter besteht jetzt heute richtig über mir vor der Tür geschlossert. Ich darf nicht noch einen Punkt bekommen. Also bei mir war es heute ziemlich warm. Bei mir war es heute ziemlich warm. Bei mir gab es Regen. Viel Regen. Das auch, aber es war ziemlich warm. Ah! Nein! Was für ein Scheiß-Dreck. Ich glaube, ich gehe da mal die Wäsche aufhängen. Macht ihr mal weiter. Ich sterbe hier sowieso nur. Ich habe noch die Wäsche aufzuhängen. Soll ich einfach gehen und mich spielen lassen? Nein, du schaffst das schon. Beim nächsten Mal darfst du auch Boss sein. Wes? Was soll ich mir das bringen? Okay. Jetzt kommt es drauf an. Wer wagt es, mich hier anzugreifen? Hm? Ich bin vorbereitet. Ja, wo bin ich denn geflogen? Verdammt! Es wird kein nächstes Mal geben. Es wird durch mich. Ich habe keinen Bock auf dieses Spiel. Je zu Hölle bist du da hin. Du hast es vorgeschlagen. Ja. Bevor die Lava aufgetopft. Ich wies ohne. Ich habe schon anderes vorgeschlagen. Ja. Das war doch klar. Ich hatte mehr Top-Teile. Aber du hast das Spiel vorgeschlagen. Und jetzt beschleppst du dich die ganze Zeit. Ich wies auch nicht. Ich fand es halt lustig. Ja. Ja, es ist doch auch lustig. Da muss ich nur drauf einlassen, dass es einfach komplett sinnlos und schweigt. So, nein, 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 es ist platt. Dann kann ich ja weitermachen. Ja, danke. Ja, das Wasser. Ja. Ja. Juhu. Ja, der ist doch viel höher. Schon wieder. Nein, nein, das ist. Das ist eine schöne Waffe, aber die hilft halt nicht, wenn man nicht triff. Kopfkarts. Äh, nee, die war früher wirklich richtig übel. Da konnte man durch die ganze Map einfach fliegen, wie man Lust hat. Ja, ich weiß. Uh. Du hast das Spiel auch gespielt, als es noch nichts gekostet hat? Das kann man jetzt auch noch, wenn man es darauf anlegt. Ich bin durch die Wand gedutscht. Weiß, 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 als die Entwickler es am ersten Tag gratis rausgeownen haben. Ich bin einfach durch die Wand gedutscht. Prof macht komische Geräusche. Verdammt. Los, Prof. Ne, 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 ausschalten. Oh nein, sie hat den sperrt. Sie wird gewinnen. Ja. Ja, sie gewinnt immer. Aktuell glitscht sie durch den Block. Und gewinnt trotzdem. Jetzt hat sie schon 40. Oh Mann. Wo seht ihr das? Es wird angezeigt, kann ich nicht. Ja, klar. Am Rand. Ich bin sowas von tot. Oder muss das jede Person einzeln einschalten? Also bei mir ist es an. Ich sehe das. Meine Waffe klebt. Jo. Ich kann doch noch auf meine Position schießen. Aber sie kriegt was. Hat trotzdem was gebracht. Ach Mensch. Und sonst so. Ja. Oh, du hast das gute Messer. Hilft mir aber nichts. Doch, du hast dich weggeschleudert. Und zwar richtig. Ne, nein, ausschalten. Okay, ich bin komplett weg. Ich bin tot. Ich bin einfach weg. Nein, guck, guck, guck. Sweet dreams. Das ist ein gutes Lied. Das ist ein sehr tolles Lied. Sweet dreams. Sweet dreams. Made of these. Wieso wunderschön, wenn ich das nicht ausgerechnet du? Das geht sehr macht. Die werden wir schon mal raus. Wieso? Ist doch ein tolles Lied. Ja klar, aber irgendwie habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht. Ich glaube, das gefällt mir. Das war dumm. Ich muss aufpassen, dass das nicht geklappt wird. Ich wollte nur, dass der Chief Band haben. Wenn ich es richtig singe, dann wird es geklappt. Ach, geklappt wird es immer so alles. Ich wurde von den nicht verwendeten Halo Town-Track geklappt. Hab ich schon gehört. Das erwägtest du bereits. Modi, du hast mich umgebracht. Nein. Man muss nur wissen, wie. Ich hasse diese Map. Ich auch. Als irgendeinen Grund. Wenigstens hat die Map in Inline umgebracht. Das ist eine gute Map. Brave Map. Sehr brave Map. Ja, das ist besser. Ich lebe noch. Lebe ich noch? Ne, ich lebe nicht mehr. Und eine schöne Geste. Immerhin, zwölf Punkte. Oh, ich bin auf der Kette. Yay. Uwawa. Nein, ich bin weg. Ha. Prof. Ha, ich hab einen Schlafstock. Nein. Verdammt. Wie? Wie, nein, nein. Wie? Ha. Ha. Das ist die God Gun. Ich hab mich gerade mit der God Gun selbst gekillt. Tja. Ich glaub, ich hab auf den Boden geschockt. Ninlein hat gleich schon 45 Punkte. Ninlein. Oh nein, die, die Dinger kommen. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Noch ein paar. Ja. Und dann stirbt er. Verdammt. Ich bin tot. Motti, du bist sicher an dieser Stelle. Bin ich nicht. Bist du doch. Bist du doch. Ach, verdammt. Aber schön, ob ne komplette Knarre auf Ninlein abgefeuert hat. Verdammt, ich hasse diese Map. Ich hasse diese Map. Du tot. Ich möchte dich schifze einfach. Au. Wieder eine Christmas-Map. Geschenke, Geschenke. Frohe Weihnachten überall. Tötest dich nicht, du Herrschall. Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft. Weihnachtsbaum in jedem Raum. Wir zwei, Prof. Ich hab den Speer. Du gewinnst. Nein. Jo. Ja, du. 13. Punkt. Nice. Ich sag's doch, der Speer gewinnt immer. Jo. Hat zwar absolut keine Angriffspower, aber er ist ein guter Glücksbringer. Ich hab ne Waffe. Du kannst dich damit echt gut retten, weil er guten Stuttgart vorne hat. Ich lebe noch. Nein, das will nicht. Ich hab das so schön. Sie kommt zu mir gelaufen mit Raketenwerfen und ich verpasse ihr einfach meine Raketen. Nimm dich Fortnite. Was? Oh ja. Mit bloßen Fäusten. So muss das. Das ist die männliche Arzt zu spielen. Au, verdammt. Modi. Los, nimm deinen Töten. Ich bin auch noch tot. Prof töten. Was? Was? Die macht Schaden. Die macht Schaden. Die macht Schaden. Was? Oh nein. Ich hab den Speer. Ich hab den Speer. Ich hab den Speer. Trotzdem hab ich verloren. Weil Modi den Speer hatte. Das ist irgendwie ein Automatismus hier. Wenn man den Speer hat, der gewinnt. Nimm, der hat den Speer. Verdammt. Was zur Hölle tut mein Charakter? Sterben. Ah, schau. So, ihr zwei. Verbündung. Ah, wahrscheinlich am Knöchel gestreift. Huhuhuhuhu. Geschenke. Das ist ne Christmas Map. Ich lebe noch. Ich hab die Galassen. Verdammt. Noch lebe ich. Nein. Ha. Huh. Verdammt. Nein, nein. Du kriegst mich nicht. Doch. Verdammt. Verdammt, verdammt. Elendige Hexe. Ich bin ja immer schlimmer. So. Ihre Lache sagt's ja. Ihre Lache beweist das. What the fuck? Wie weit bin ich rüber geflogen? Nein, nein. Ich hab dich gerade beleidigt und du sagst nichts dazu. Oh, wieso? Anerkennung. Ich hab die Anerkennung für meine Beleidigungen. Was ist da gerade passiert? Ich weiß es nicht. Ich hab's überlebt. Punkt 14. In einem Einsen. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Aha. Na komm. Komm. Punkt 15. Nein. Punkt 15 für mich. Nein. Ich hab's doch nicht verdient. Nein. Ich lebe noch. Nein, du hast es nicht verdient, Nini. Warum nicht? Ich bist böse. Du bist die Hexe. Hexe Nini. Du weißt du gar. Hexe Nini-Fee. Was ist die Hölle? Ich hab's nicht verdient. Ich bin sicher. Ich muss hier dranbleiben. Ich muss. Ich darf nicht sterben. Verdammt. Verdammt. Ha. Ich. Äh. Aushalten. Ich. Ah. Verdammt. Kacke. Na, wer kommt drüber? Ah. Ah, verdammt. Was warst du? Das war. Nini hat's gemacht. 51 Punkte. Was? Nein. Was? Nein. 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 Was noch tust du dann, Nini? Ich weiß es noch nicht. Oh, ich lebe noch. Nicht mehr lang. Ich hab's noch nicht mit der Steuerung. Ich geh in Mordi. Du mich auch. Ich hab's noch nicht mit der Steuerung. Schieß mich mit zwei Schüsseln aus der Map. Ich hab die Steuerung nicht verstanden. Boom. Headshot, headshot, headshot. So, ich würd' mal sagen. Wie lange wollen wir hier noch machen? Noch zehn Maps, oder? Acht Minuten, ich hab' mir noch. Wir haben auch acht Minuten. Ich denke, die ziehen wir durch. Also noch zehn Maps. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Was? Es macht Sinn, den Bär zu nutzen, wie man ihn nutzen sollte. Schmeißen. Ich überlebe das, ich überlebe das, ich überlebe das. Ich überlebe das nicht. Wenn man den Speer in der Hand hält und F drückt, schmeißen wir ihn da fast. Und in dem Fall fliegt der auch vernünftig. Ja, ich bin übrigens tot. Ich nicht. Nice. 15. Punkt. 15 Punkte. Ich hab' übrigens das Gegenteil von... Ich hab' genau... Ich hab' n' Anagramm zu nehmen, der ins bunte Stand. Au. Das ist sehr gut. Der mit dem Speer. Ich hab' nur von zwei Vorten rumliegen. Und schießt sich selbst in den Kopf. Sehr logisch. Meine Hand tut weh. Na los. Alter, du wirst weg, ich find' das schön. Wie, wollte ich nicht? Jo. Ja. Christmas Map. Was ist das für die Zechse? Yei. Na komm her. Ja. Ich hab' ne Waffe. Ups. Na. Modi. Hab' ich dich grad durch den Boden gefallert? Hast du. Ja. 42. Langsam komm' ich wieder in den Flow rein. Ja, das Messer. Tadum. Komm. Nein. Lass' mir auf das Ding. Nein. Nein. Sie hat das Messer. Kacke. Alles gut, ich hab' ne Waffe. Stopp. Das ist wild. Hä, ich bin ja wieder im Bild. Na, komm. Na komm. Nein. Hilfe. So'n Dreck. Nein, nein. Nein. Jo. Punkt 16. Ordentlich. Wollen wir's einfach so machen, dass wir spielen, bis Zwergi auch 50 Punkte hat? Nee, das wird nix. Das schaffen wir heute nicht mehr. Das schaffen wir heute nicht. Aber die nächste Woche bestimmt. Das wird nix. Dieses Pose ist auch schön, Nini. Hahaha. 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 Ich leb' noch. Ich leb' noch. Ich leb' noch. Nein, ich lebe vielleicht nicht mehr. Ich leb' noch. Du bist unsere letzte Hoffnung. Nein, nein, wir beiden. Ich krieg' dich. Derki, du bist die letzte Hoffnung. Ohhhh. Hahaha. Voll Mühe. Gott, Def. Ja. Nein. Was? Hier steht im schwarzen Loch. Was für'n schwarzes Loch? Es ist... Es war sogar immer noch da, gerade. Was? Boss Fight. Das kann jetzt das Ende sein. Das ist jetzt das Ende. Letzter Boss Fight. Letzte Runde. Dann machen wir Schluss. Wir haben Boss Fight. Nicht mit tot. Nein, bin ich nicht. Doch, bin ich. Ziemlich tot. Nein. Da kommt Leute. Nein, nein, besiegen als Ende. Als End-Boss-Kampf. Das müssen wir doch passen. Das ist jetzt die Finale. Das Finale-Battle. Okay. Ihr schafft das. Ich glaub auch nur ich. Dieser Boss Fight ist nicht selbst Overkill. Nein, nein, besiegen. Bin ich mal. Bin ich als letztes noch da. Nein. Du bist alleine. Verdammt. Du schaffst das, Modi. Du schaffst das, Modi. Du wirst Ninlain besiegen. Du schaffst das. Besieg die Ninlain. Na komm. Modi. Rette uns. Eine gute Position. Ja. Gut. Das war zu gut. Damit ist wohl klar, wer hier gewonnen hat. Ja. Zurück in die Lobby. Wörter zurück in die Lobby. Wörter zurück in die Lobby. Ja. Tja. Na dann. Bei mir nicht. Ich werde das wahrscheinlich ein paar Parts unterteilen. Irgendwann. Jänner. Ja. 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 Ja.